Ich würde ja mal einen schwarzen Drummer haben, aber zwei schwarzen in einer Welt ist, glaube ich, so ein bisschen zu hart. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen jetzt eine Pizza bestellen. Jungs und Mädels sind schon echt heiß. Pizza Max oder Smiley's? Pizza Max ist billiger. Ich bin kleiner Sparfuch. Du bist eigentlich Sparputz? Was ist denn Marc denn erst? Marc ist denn ein... Mir ist es richtig shit egal. Aber der Teig von Smilies ist halt echt nicht so da hinten.